Harry sagt guten Morgen, heute am 25. Juni 2020. Es ist 7.35 Uhr, wir haben 23 Grad, wir haben keinen Wind. Ja und wir haben richtig schönes Sommerwetter hier und wunderbare Farben hier an der Chalker. So und wir gehen jetzt mal Richtung Meer. Wir gehen zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Die Höchstwerte Die Höchstwerte heute wieder um 30 Grad, die Höchstwerte nachts 20. Das soll schön bleiben. Ja und mit diesen Aufnahmen hier verabschiede ich mich dann auch wieder für heute und sage bis morgen, hasta mañana. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.